Und jetzt bin ich verbunden mit Nadine Lindner, sie ist Journalistin vom Deutschlandfunk in Berlin gerade und sie kennen die AfD sehr genau, haben sich sehr mit der Partei beschäftigt. Wenn wir uns mal diesen Fall anschauen, was ist das da momentan für eine Kommunikation bei der AfD? Da gibt es ein Ultimatum der Parteispitze, dann eine Antwort und jetzt die große Frage, was will man machen mit Peter Bistron? Und dann wird bei der Bild-Zeitung schon mal berichtet, er soll möglicherweise auf ein Mandat, was er gewinnen könnte bei der Europawahl, verzichten. Ja, ich würde sagen, dass die AfD im Moment durchaus in einem strategischen Dilemma steckt. Was ich bemerkenswert finde, ist, dass die Parteispitze meiner Ansicht nach im Moment einen anderen Fahrplan verfolgt, als man sonst in der Krisenkommunikation gewöhnlich bei der AfD sehen kann. Wie man es zum Beispiel im Falle der Korrektivrecherchen zum Treffen bei Potsdam sehen konnte. Da ist die Parteispitze weitestgehend abgetaucht über mehrere Tage, hat versucht, dass sich diese Dinge medial quasi totlaufen, dass man sich überhaupt gar nicht dazu äußert. Jetzt sieht man ein gänzlich anderes Verhalten, nämlich, dass man schon über die Ostertage, es gibt Berichte, beziehungsweise mir wurde berichtet aus dem Parteiumfeld, dass man schon am Ostermontag mit Peter Büstron telefoniert hat, versucht hat herauszufinden, was an diesen Vorwürfen dran ist. Und dann zu dem Schluss kam, dass das, was Peter Büstron bislang medial, aber auch parteiintern kommuniziert hatte, eben nicht ausreicht. Und dass die Parteispitze einem, ich würde sagen, doch halbwegs prominenten Parteimitglied, Platz zwei der Europaliste, eben hat man auch gesehen, außenpolitisch sehr versiert in der Bundestagsfraktion, so das Messer auf die Brust setzt, das ist schon ungewöhnlich. Plus, dass dies auch halbwegs öffentlich geschieht. Also sowohl das Schreiben an Peter Büstron von Seiten des Parteivorstandes, als auch dann die Antwort von Peter Büstron ist bekannt geworden. Und ich habe dieses Schreiben von Peter Büstron an den Parteivorstand auch gelesen. Das sind drei Seiten Papier. Danach ist man eigentlich nicht wirklich schlauer. Meiner Ansicht nach steht da nicht wirklich was Neues drin. Und ich bin mal sehr gespannt, wie der Parteivorstand am Montag damit umgehen möchte. Meiner Ansicht nach sind die Ordnungsmaßnahmen bzw. ist der Handlungsspielraum, den die Partei im Moment hat, durchaus begrenzt, weil man ihn einfach schlicht und ergreifend von der Europaliste nicht tilgen kann. Und man weiß auch aus anderen, sozusagen aus dem politischen Vorleben von Peter Büstron, dass er jemand ist, der durchaus zu Einzelaktionen neigt, die nicht mit der Fraktionsspitze, die nicht mit der Parteispitze abgesprochen sind. Das kann dann ja noch spannend werden. Jetzt gibt es aber noch einen zweiten Namen, der bei dieser ganzen Geschichte Voice of Europe eine Rolle spielt. Und das ist der Spitzenkandidat der AfD bei den Europawahlen. Und zwar Maximilian Krah. Der hat ja zugegeben, er hätte Voice of Europe auch schon mal zwei Interviews gegeben. Wie beurteilen Sie seine Rolle in dieser ganzen Geschichte? Im Moment würde ich da Unterschiede sehen zwischen der Rolle, die Maximilian Krah und Peter Büstron spielen. Es liegt einfach schlicht und ergreifend daran, dass beide sind eng mit dem Umfeld von Voice of Europe verbunden, haben auch den putinaren Gönner hinter diesem Netzwerk besucht, privat besucht. Es gibt Fotos davon, offenbar von einem Besuch aus Kiew. Also diese engen Verbindungen sind bei beiden da. Der qualitative Unterschied ist schlicht und ergreifend, dass es bei Maximilian Krah nicht diese konkreten Vorwürfe gibt, das Geld geflossen sein soll aus dem Netzwerk Voice of Europe in Richtung Peter Büstron. Und das ist jetzt was, was Peter Büstron beantworten muss. Es gibt ja im Moment mehrere Aufklärungsbemühungen. Das ist natürlich der Parteivorstand. Der Bundestag wird sich in Form des Innenausschusses, vielleicht auch das Parlamentarische Kontrollgremium, in der folgenden Woche, es ist wieder Sitzungswoche, damit beschäftigen. Und die Generalstaatsanwaltschaft München hat zumindestens Vorermittlungen eingeleitet. Das ist jetzt noch keine Anklage, das ist auch noch kein ausgewachsenes Ermittlungsverfahren. Aber das zeigt doch halt, wie sehr sich so langsam von verschiedenen Seiten der Druck auf Peter Büstron erhöht. Und er hat abseits dieses Schreibens gestern nicht weiter kommuniziert. Ich bin mal gespannt, ob er versucht, vielleicht durch ein kleines Schlupfloch zu treten, was er sich in seinem Antwortschreiben an den Parteivorstand gebaut hat. Man hat es eben in dem Vorbericht gesehen, da steht drin, er habe von keinem Mitarbeiter von Voice of Europe und von keinem Russen Geld angenommen. Das schließt ja aber andere Staatsangehörigkeiten bzw. andere Bezüge zum Netzwerk Voice of Europe ja nicht aus. Meiner Ansicht nach wäre das aber ein Schlupfloch, gerade wenn es auch in der parteiinternen Kommunikation ist, was ehrlicherweise schon relativ dreist ist, wenn er versucht, sich auch gegenüber dem eigenen Parteivorstand dann so rauszureden. Eines ist sicher, die Angelegenheit bleibt spannend und wir werden sie weiter verfolgen. Das war Nadine Lindner, Journalistin vom Deutschlandfunk in Berlin. Herzlichen Dank. Dankeschön.